Willkommen zurück zu einer Folge Counter Strike Global Offensive mit allen von den geilsten YouTubern auf diesem Planeten, den wir jetzt gerne ansehen können. Ich geh jetzt auch mal B. Ich geh auch mal B. Hinten hier. Ich steppe schon. Was heißt das? Da gehst du hin oder sind es Steps? B, B, B. Ok, ich mein nicht, wo die Steps gehört. Reicht nicht. Ja, B. Aua. Bam. Zwei lang. Einen hab ich noch mitgenommen. Wir haben gut von hinten. Das ist nice, das kann er. Nice! Ah, aber wir haben wohl den leer. Einer dahinten noch in der Ecke, Christian. Ja, schon weg. Aber zwei leben insgesamt noch. Beide unten, beide unten. Oh, Christian! Junge! Ich treffe erst gar nicht und dann beide Schüsse hintereinander. Holy shit! Wir haben fünf Schüsse abgegeben, die erst dreißen irgendwo in der Versehnung gelandet. Na, das war echt so. Your moves are weak, Alter. Bam! Ja, ohne Witz! Ja, Christian! Das war... ...pupu ausgelden. Pupu ausgelden. Pupu ausgelden. Pupu ausgelden. Pupu ausgelden. Pupu ausgelden. Pupu ausgelden. Let's go, everyone. Pupu ausgelden. Okay, die sind am Bahnhof raus. Zwei Leute, auf jeden Fall. Einer ist bei B oben. Die gehen wieder zurück, glaube ich. Ja, D. Die gehen bitte. Oh nein, ist bei mir. Oh Gott. Oh, bei mir kam hinten einer. Kacke. Oh shit! Hab einen... Ach, einer ist auf dem Zug. Einer ist auf dem Zug. Peter, du bist der Letzte. Der ist da hinten, Peter. Der hat meine Leiche geflattert und hat sich die Waffe holt. Links ist aber auch einer. Der ist im Gang drin, oben. Schön. Dachte ich, der wäre schon tot. Gemerkt. Aber du hast nochmal geguckt. Ist umgefallen. Peter, mach jetzt ja... Oh, komm schon. Oh, was? Krass. Das wäre etwa nix. Eigentlich für ein geiles Profilbild. Ein fett Pavian-Arsch. Ich habe richtig harte Eko. Ich auch. Richtig harte Eko. Sollen wir... Habt ihr das gesehen mit dem Stapel? Martin? Haben die sich hier bei Train... Haben die sich hier mit fünf Mann... Hier in der Mitte gestapelt. Und... Weil die halt so ne harte Eko hatten. Sitzen die dann darauf, dass die halt irgendeinen Scheiß machen, den der Gegner halt nicht voraussehen kann. Haben sich mit fünf Mann hier hingesetzt. Alle in eine Richtung geguckt. Und einer ist durchgekommen. Hat mir in der Make-10 alle fünf weggemacht. Null. Ja, ey. Weißt du, ich dachte, wer macht das jetzt? Ich bin hier hinterher gelaufen und nicht zu B. So. Ne. Hier ist aber auch keiner. Ich glaube, die sind echt zu B gelaufen, oder? Ja. Smokes bei... Flashes bei B. Ja, oben, oben und unten. Wir müssen eigentlich nur gucken, dass wir Leute weg... wegkriegen. Ja. Hab einen. Nice. Nice. Ohohohoho. Scheiße. Da waren zwei... Einer oben, Sepp. Einer ist oben, einer ist hinter dem Train. Scheiße. Oh nein. Komm, beide in einer Reihe ist gut. Ach, kacke. Ne, der eine war hinter mir noch. Du musst mal ausstellen, dass der automatisch die Waffen aufnahm hält und da drauf schaltet. Ne, das wollte ich. In dem Fall wollte ich das sogar. Aber... Du hast recht, das könnte schon... Ich verarsch, jetzt kommen wir genau in dem Moment. Ach, wie denn das? Ja. Aber ich bin in der Runde. Ohohohoho. Wie soll ich denn das aus? Ja, ähm, ich sag mal so. RIP, oder? Gegenstand, schnell. Waffen wechseln auf. Ich würde sagen, noch ne Echo. Move it, move it. Ohohoho, USP, ich bin so geil. Ach komm, komm ich mit dem Deutsch. Komm, Jack, da seh ich uns jetzt. Ja. Ich rush nicht. Mitte, mindestens einer. Die smoken hier auch. Oh ja. Mitte wird's. Mitte it is. Weiß ich nicht. Die haben halt nur Smokes geschmissen. B ist keiner. Oben drin. Einmal kurz reingeguckt. Am Zug, am Zug, am Zug. Ach, zwei hinten durch, Christian. Kacke, den einen hab ich weggemacht fast. Ich hab meine E abgekriegt, das ist richtig... Oh. Das sind zwei, Jay. Ähm, die planten bei A. Der Amzug ist low, dem hab ich 69 gegeben. Kann auch mittlerweile woanders sein, natürlich. Ach, schade. 80 Mal. Klick, 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 klick. Ja, das war's. Nice. 53 hab ich dem nur gemacht, alter. Naja, das ist halt die P250 irgendwie. So, jetzt muss ich mal wieder kaufen. So, jetzt kann ich kaufen, Alter. Jetzt kaufen wir, Leute. Jetzt, jetzt los. Müssen wir aber auch deliveren. Jetzt muss ich extra deliveren. Ich hab noch 150 nach dem Kaufen. Ich mach wieder Alang, Christian. Äh, ja. Ich versuch wieder mit... Wir haben keine Sniper um B-Lang zu decken, oder? Ich geh B oben. Macht ihr den B-Lang mit Smoke? Ja, eigentlich schon. Ich hab aber verkackt. Da oben sitz ich. So, nicht. Einer wollte die Leiter runterkommen. Einer bei mir. Einer bei mir. Bei mir einer durch, Christian. No, 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 no. Ich hab hier auch Leute. Ich hab hier auch Leute. Achso, der war da um Ecke. Deswegen konntest du nicht auf den schießen. Genau. Und ich hab auf den... Ich hab im Rauch gewartet. Die Bombe liegt hier. Hier ist einer unten. Hier unten ist einer bei mir an den zwei Trains. Beim blauen Train ist einer. Und wir... Ah... Ist down. Noch mal lang. Einer war halt noch bei der Treppe. Nice. Bei der Leiter. Also den hatte ich ja auch gesagt. Ja. Genau. Hier ist ein RK rechts. Okay. Sag das lieber nochmal, Christian. Wenn ich da nicht weiß, dass er da ist. Weil ich das... Geh direkt Leider hoch. Weil ich im Fight war. Das war gut. Das ist ein ganz schön großer Arsch von dem Pavian ey. Mhm. Hättet ihr auch legen können, Christian. Achso. Ja. Ich hab jetzt kein Smoke leider, das ist... Wir sind viel zu laut. Ich hab grad... Ich hab mich alleine bei B. Ich hab vorher angesagt, dass ich ins Leider gehe. Und dann geht Christian dahin. Ja, ich bin tot bei B. Ich verschieb. Ich verschieb. Warum gehst du denn leider, wenn ich da jede Runde hingehe? Was heißt jede Runde? Ich war... Ich bin die ersten zwei Runden. Bin ich da hochgerusht. Bin von hinten gekommen und so weiter. Es gibt auch keine jede Runde. Okay. Warst du nicht gut? R2. B. 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 der weiß wo du bist. Du hast keinen Diffuser. Er ist hinten drin. Ähm, ähm. Darfst du das überhaupt noch? Ja. Ja. Oh, shit! Er reicht. Nee, das reicht nicht. Nee. Reicht nicht, aber der Ruf war mega gut, wirklich. Schade. Alter, dreht er sich um, gibt dem direkten Header, ey. Ja, Kai ist ganz okay. Okay, ich geb B. So, ich hab Echo. Ich kann den MP legen. Ja, dein Zip kann mir liegen. Du kannst mir eine MP legen bei 10.000. Ich kann dir auch eine normale legen, wenn du möchtest, das wär super. Nee, nee. Gib dir eine MP. Wenn wir mal ein P doch nicht jetzt B, ja? Einen, zwei Leute? Christian jetzt Lederraum. Äh, ja, in der Mitte bin ich halt. Christian geht halt A, also wie immer. Nee, nicht wie immer. Doch, wie immer. Christian, ich mach das immer. Oh shit, der ist schon durch! Da unten. Sepp. Ach kacke, bei mir ist einer durch. Den hab ich ja fast da und der hat fünf Leben noch. Darf mich verschieben? Jo. Bei mir ist einer durch, Christian. Verschieb mal hinten rum. Da könnte einer sein mit fünf Leben, Peter. In der Mitte ist auch noch einer. Doof. Nice. Ja, den hat Peter auch gemacht, Christian. Leiterraum und Mitte. Da müsste noch einer sein, gelb. Also jetzt sind die letzten beiden. Die waren beide Leiterraum unten? Nee, der eine ist aus dem Leiterraum gekommen, der andere gleichzeitig aus der Mitte. Oh, oben drauf. Oben drin, oder? Nein, das ist mein Maid. Oh, oben drin? Oh nein, was? Ja, kein Problem, Freunde! Wie kommt der da oben hier hinten hin? Nee, das ist mein Maid. Bam! Ja, das war auch mein Maid, aber da war halt noch jemand. Wie hättest du denn da hochgekommen? Oh, geil, ähm. Ja, keine Ahnung. Für'n Bastard. Geile Dinge. Ach, herrlich. Okay, ich geh B. Ich geh wieder an meinen Spot. Sehr gut. Okay, B. Du machst jetzt aber nicht mehr B lang dran, siehst du richtig? Kann auch nämlich da oben hinsetzen, aber warum sollte man da oben langlaufen, wenn du unten guckst? Du kannst mir das doch dann ansagen, oder nicht, wenn da einer drauf vorbeiläuft. Ist hier nicht einer durch? Naja, aber du siehst die früher, wenn du quasi den Gang anguckst. Ja, hier ist da schon einer durch. Ich seh den früher, ich seh den doch gar nicht. Hier oben in den Gang lang guckst du, siehst du den früher, wenn die Leute hier hinkommen? Oh, hier sind noch einer, da ist noch einer, Christian, außen. Aber da ist noch einer, das ist der letzte. Ganger Gang ist der letzte. Ist halt das Fenster, aber hat da zugehört? Kommt hier rüber, Bommel liegt hier. Wenn schon da. Schön, Jay. Hey. Ne, du kannst da oben nicht durch das Fenster gucken, Peter. Welches Fenster denn? Framm, Junge! Du kannst aber... Warte, du kannst doch von unten besser in den Gang reingucken und sehen, ob da einer drauf vorbeiläuft, als von oben am Ende des Ganges, oder nicht? Ja, das ist richtig, dafür musst du aber sehr nah an den Gang rankommen, um da hoch zu gucken. Okay, und? Aber du musst doch trotzdem sehen, oder nicht? Ob da einer ist, oder nicht? Also ich kann dir sagen, ob da Leute langlaufen, ab... Jetzt, bis dahin könnt ihr schon durch sein. Aber einen hab ich erwischt. Ja, bin ich mir nicht so sicher, ist man so schnell? Müssen wir mal ausprobieren. Ja, die haben ich weggesmoked, das heißt, da oben könnten Leute kommen ran. Ich guck, ob da oben hin. Was geht mal nach B? Ich hab da die ganze Zeit hingeguckt. Nur halt, eigentlich müsste die Leute ja... Prinzipiell... Nee, das geht bei B. Lang sieht schlecht, also das glaub ich keiner. Ich versuch mal über T zu sneaken. Ich denk mal, die gehen B. Lang sehe ich keinen. Lang ist keiner. Also lang und Mitte war keiner. Oh, Mitte! Mitte auf A. Mitte auf A ist über Leiter, über Leiter kommen sie. Ja, aber den Leiterraum, ey. Aber die Treppe da ist... Das ist ne Leiter, Jay. Der ist hinten. Brauner Zug. Die Bombe. Ich komm jetzt in den Leiterraum. Grüner Zug. Oh, da hat da oben einer gewartet. Das gewittert nicht. Grüner Zug und Leiterraum. Ich bin am Leiterraum. Oh, Mann. Oh, Mann. Kein Munizum. 93, ey! Malakka! Haben wir! So, einer war noch B oben. Sneaky, campy. Ja, die Bombe liegt ja mit auf dem Sport. Nice, jawoll. Wollen wir mit auf dem Sport? Okay, ich werd nicht mehr B lang gehen. B lang ist die langweiligste Position auf dem ganzen Planeten. Okay, ich übernehme B lang. Da musst du das schrecklich gar nichts machen. Das willst du machen. Nee, das nicht machen. Ja, aber genau. Ich kann gar nicht übernehmen für dich, Bram. Ich bin für Team da. Nee, ich glaub nicht. Das musst du gar nicht machen. Wir gehen beide B unten. Let's get this done. Zwei. Was? Das sind zwei. Oh, Flash von Leiterraum. Glaube ich. Oh ja, da sind nicht nur zwei. Da sind noch mehr. Und eine Granate rein. Da ist noch einer drin. Bombe liegt B, ähm, Rampe. Schmeiß mal nochmal. Da ist auf jeden Fall noch einer drin gewesen. Da kam noch ein Nate rausgeflogen. Einer ist durchgelaufen. Ist jetzt wahrscheinlich schon wieder weg. Ja, läuft oben. Und hier unten vielleicht noch. Bist du gerade oben, Chris, oder unten? Unten. Die kommen zurück. Haben die wieder verschoben von B? Ja. Ja. Mit Blauen am T-Spawn. Einer ist noch oben drin. Bei mir ist hier einer. Hier ist einer bei mir drin. Über Blau drüber. Ja, Bram, ich verstehe mal zu arm. Ja. Der ist hier drin. Da ist die Bombe nämlich. Ich werd'n Schuss. Der von mir. Oh Gott. Ja. Die Bombe ist im T-Spawn. Die Bombe ist im T, dann geh' ich da ein. Nice. Schön aus. Ich hab'n wieder gemischt. Huch. 60 Kills krieg' ich doch bestimmt noch hin. Jetzt leuchtet wieder, ey. Ja, weil wir unsere Spots haben. Am Anfang haben wir halt die kritische Runde verloren. Was? Wo wir halt dann richtig hart Geld verloren haben. Und kein Geld mehr hatten. Und jetzt haben wir Granaten und alles. Und mit Pistolen sind wir halt nicht so gut. Aber mit Waffen ist das schon gut. Wir haben die Pistolenrunde gewonnen. Bei mir wird irgendwas geworfen. Aua. Aua. Hörst du da irgendwas, Bram? Oh, ganz hinten durch am Train. Na, nein. Na, AWP. Lange ist auch offen jetzt. Mal lang. Ich glaube, wir müssen mal wieder in die Mitte gehen. Also, A lang war auf jeden Fall einer. Welche Pussy hast du nochmal? A lang. Hinten drin. Da achte ich grad drauf. Ich hoffe, die können dich nicht aus der Mitte sehen. Schön. Bombe ist down. Ja, ich seh. Bombe A lang. Na, schön, Peter. Oh. Was? Richtig schön, Junge. Die AWP nehmen wir mir. Der hier hat auf Bram gewartet. Aber gut. Braucht ihr mal eine Awe? Will wer eine Awe? Ich hab bei B lang schon eine. Aber nein. Dann beeil dich die. Nimm du, DJ. Behalt dir das Awe. Willst du in die Mitte reingucken? Ja, ich glaub schon. Ja. Ja. Ich weiß zwar noch nicht 100% wo ich mich hinstelle, aber irgendwie krieg ich das. Ja, okay. Achtest du dann auf den Ladder? Ja, ja. Da schmeiß ich nicht drauf. Oh nein, die war nicht mit. Der Schritte hier über der Leiter. Hier ist durch. Oben kommt einer, Peter. Jo. Okay, doch nicht. Habt ihr noch gemacht. Bombe liegt bei mir. Soll ich vorkommen und in den Gang kommen? Wir sind mindestens noch zwei an der Leiter oben. Oh ja. Aua. Okay, wir bleiben dev, Bram. Wir bleiben dev, bis die anderen nachkommen, oder? Äh. Oh, Göpter! Smarter. Okay. B ist eine Seite offen. B ist unten offen. Ich komm rüber zum B. Also. Ist es schon oben, Christian? Ja. Bin oben. Ich kann jetzt gleich von hinten gucken. Geh ich ihn weg. Sepp, geh mal einer. Der hat nach hinten abgesichert. Ich hab beide weg. Bombe liegt. B. Oben ist einer. B kurz. B kurz. B. 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 Buh. B. 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 So, up get it. Move it, move it. Move it, move it. Die haben auch vollkommen aufgehört irgendwie so Smokes und sie zu benutzen. Nein, die haben entweder zu wenig Geld oder kaufen sie sich wahrscheinlich... Mitte, Mitte, Mitte! Zwei sind raus. Ja, zwei zumindest. Einen lang hab ich weg. Hier, hab die Bombe da bei euch. Kriegst du den? Was haben wir da brauchen, um die CZ aufzubauen? Was sind das für eine Scheiße? Haben wir? Alter, als ob das so ein Lego-Bausatz ist, den der zusammenbaut. Christian, ich werf da hinten eine Brand rein. Aber hier ist noch ein Hai. Ich weiß nicht, ob der oben ist oder ob der da hinten ist. Der hat ja gerade noch auf euch geschossen. Könnte sein, dass der wieder hochgegangen ist, oder? Ich hab nur noch ob. Ich bin echt nicht... Ja eben. Der ist so jetzt hier bestimmt. Na lang. Klasse, der ist auf CT... Nee, auf D. Kommt jetzt ins Blau. Ja, hat mich gemacht. Okay, nice. So, wieso sind wir da? I want to push something. Wir gehen jetzt, oder? Was sind wir beide gleichzeitig draufgegangen? Drei Mann. Das war unnütig. Das war unnütig. Immer nicht gut. Der war auf der Leiter, nice. Der ist oben reingelaufen. Und... Ich auch. Oh, nice. Ja, fast gut geworfen. Wo ist die Fickbombe? Ach, Smoke defuse. Hinten, hinterm Zug. Hinterm Zug unten. Und dort unten. Dreck Sau. Na... Ich hätte früher zurückgehen sollen. Oh crap! Egal... Schade... Schade. Schokolade. Ich habe keine Orten mehr. Jetzt kommen wieder Kids. Willst du eine haben? Jetzt kommen wieder Kills. Dann lieber Kills, Peter. Wie schnell die Bucht war in deiner Mitte, ey. Du kannst Mütter durchwaschen, wenn da keine Granaten reinfliegen. Wie frech halt. Okay, komm wieder. Wahrscheinlich, wenn ich mir was angucke. Ich habe mich selber weggesmockt. Stark. War eine Ansage? Okay. Oh, A lang ist. Keiner ist äh, großer A. Warum ich bin mal vorgegangen? Siehst du das auf der Map? Wie davon aus, dass da keiner ist, wenn du nicht tot bist. Ja. Ich bin unsichtbar. Oben bei der Leiter war einer. Seht jemand unten an der Leiter? Ja. Grün. Also da ist keiner. Okay. Hier oben hat er nicht die Bombe. Ich gehe mal wieder zurück zu B. Keine Ahnung, wo die sich durchsneaken konnten, aber whatever. Ich gehe mal wieder zu B. Sie müssen entweder in der Mitte oder im T sein. Mitte, also Mitte A ist keiner. Kannste sehen, wo wir... Alter, was war das denn für ein Leck? Peter, der Gang oben ist wieder einer drin. Spawn bei denen. Bei mir, glaube ich. A. Also da ist einer rumgesprungen bei groß A. Wie nennt man das? A lang ist einer? A lang war ein Sprenggrund. Ich glaube der will da einfach hoch springen, um sich safen. Was soll er machen? Nur 1000, ich kann ihn leider nicht jagen gehen. Das war meine Leiche. Da hat ich safen. Ich zieh mich mal zurück. Also ich würde da jetzt reinrennen, aber ich habe leider nicht genug ge... Wobei Jay hat genug gelegt. Oh shit! Das ist so klar. Das ist so klar. Weiter mal gucken, man. Kann ich überlegen. Okay. Letzte Runde. Ja. Ich könnte auch was legen, wenn einer will. Aber hat, glaube ich, jeder noch. Danke. Du könntest dir den Defuser kaufen, Sepp. Oh, das ist eine richtig gute Idee. Hm, endlich mal. Ich bin ja nicht gewohnt, so viel Geld zu haben. Läuft toll. Der letzte Map, weil der liegt so. Ich glaube Leiter, Leiterraum. Also überall der Leiterraum. Also oberen und rüber vorbeigejumpt. Der kommt zu dir, Pete. Okay. Flash ist Mitte. Drei. Oh Gott. Läuft überall lang, glaube ich. Sepp, pass auf. Okay, der Rauch ist weg, ist hier kein... Die müssen da irgendwo campen oder so, Bram. Die sind immer noch... Die sind nämlich keine Sau. So. Ich geh jetzt einfach 5 Minuten nach hinten und lass sie da runterkommen, im Zweifel. Ja, das ist eine gute Idee. Ich kann natürlich jetzt nicht mehr sehen, ob die zurückgehen. Ja. Aber grün, da könnte einer runterkommen. Ja, ist nicht so schlimm. Ich hab dem einen schon eingedrückt. Da ist er nämlich mal gucken gekommen, der kleine. Oh, der hat mich so gut untergedrückt. Schön. Scheiße, ein anderer hat mich... Den hab ich aber 66 gegeben in drei. Irgendwo ist hier Feuer explodiert. Scheiße, unten auch. Bombe liegt, Bombe wird B geplantet. Einer ist oben, zwei sind unten, einer ist oben. Mindestens. Ich komm von City. War der oben, oder? Okay, Jay hat schon zwei gemacht. Äh, zwei leben noch. Wo? Einer muss mal Druck machen und defuse... Unten noch an der Bombe. Unten an der Bombe. Hab ich. Ah, rechts. Okay, halte oben. Der ist aber hochgegangen. Hab mich. Okay, defuse, defuse, defuse. Ja gut, aber der kann jetzt vollkommen gucken. Ne, er war hinten. Er war hinten an der Wand. Ja! Alter, war das knapp. Alter, war das knapp. Ey, ich hab selbstvertrauen, der hat gesagt defuse. Alles klar. Und der ist halt zum Glück nicht vorgekommen, sondern hinten rumgelaufen. Das war Lucky von, also... Lucky schmacki. Eben hat er auch, also eben hat er halt zweimal darauf gesetzt, dass du nur anfickst. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Deswegen war durchziehen schon sehr gut. Take 9! Wo lang? Wo lang gehen wir? A lang? Also... A lang ist doch eigentlich ganz gut. Ich würd A versuchen auf jeden Fall lang oder... Also ich geh kurz... Oder Mitte. Ich geh lang. Da bist du übrigens Colton over 2 mittlerweile. Wie ist das denn passiert? Ja, letzte Runde! Am Ende! Upgrade! Hat Christian doch gesagt, aber... Christian hätte eigentlich auch ein Upgrade kriegen müssen. Ich hör keine Schritte hier. Oben drin. Oben drin. Einer. Ist ja schon drauf. Einen hab ich oben drin. Ist keiner. Im Mittelgang. Alter hat der mir direkt geklickt. Sick! Das ist ein guter Headshotter. Oh ja. Ich hab dem nur 11 gegeben. Der ist quasi von deren Spawn aus. Genau. Züge. Züge. Also Plente links. Oh ja. Kann ja ne. Mittelgang! Oh Gott! Oh shit. Kann ja wahr sein. Ich helfe wenigstens. Genau. Ich hab da Punkte. Höh! Der ist richtig gut mit den Headshots. Alles ist krass ey. Scheiße ey. Mann! Der hat richtig gute Header verteilt damit. Der sollte immer so spielen. Juli, ich bin halt erst in den Leiterraum gegangen und hab gewartet, dass irgendwer bleibt. Ich warte die Bombe. So dumm. Schade hat er nicht gesagt. Wieso Plente Dickheit hat er? Wir machen noch ne Pistole oder? Oh shit. Ich hab meine Glocke weg. MPs. MPs? Okay MP. MPs. CZ ist mein MP. A, B? Das ist die Auswahl. A, A, A. Wurde beantwortet indem alle zu A laufen. Hinten rum zu B gehen. Also die sind auf jeden Fall CTs, wie man gesehen hat, wie die sich aufgestellt haben, die werden sie glaube ich nicht krass vorpushen. Ne. Ah, da steht einer bei den Zügen. Dings. Was machst du denn? Oben. Oben drauf. Scheiße. Und oben drin, aber den oben drauf ist, hab ich. Kann nicht wahr sein. Ich hab mich hart selbst gekriegt. Komm bestimmt wieder von hinten hier. Alter. Oben drin. Oben in dem Glaskos ist immer einer drin. Den versuche ich mir zu holen. Warte noch ein bisschen. Wo sind die anderen? Die kommen hier Mitte. Na Leute, rum. Fuck. Wo ist der Typ von oben? Weg. Weg. Gegangen. Warum? Weil der gesehen wurde. Weil der gesehen wurde. Ein smarter Boy ist und dich gefickt hat. Hat der Viktor gerade irgendwie einen krassen Leber gemacht oder so? Zack. Auf einmal verteilt der nur noch die krasses. Also jetzt haben wir aber Echo. Ja, aber wenn du oben stehst, muss man ja auch sagen, Waffen ziehen nach oben. Wollen wir mal B probieren? Ja, ich bin sehr kacke. Eigentlich müssen wir nur gucken, dass wir jetzt in der Runde ein paar Leute einfach kaputt machen. Ja. Am besten Waffe absnacken und dann weg. Unten ist geflasht. Jo. Da wird man natürlich nicht geflasht, sondern... Der ist links runter gesprungen dann. Ich bin geflasht. Einer guckt Treppe, ne? Ach komm, ich hab den Heller gegeben, ey. Er steht direkt unten dran. Ich lass mal die Bombe hier, Peter, ne? Was ist dein Plan jetzt? Nicht mit der Bombe da runter zu gehen. Also ein bisschen... Jo, komm, Alter. 91 schon wieder, ey. Alter, der ist auf dem Spot. Einer ist... Wo kam der denn jetzt? Okay, wir haben jetzt also keinen Kill geholt. Irgendwo allang. Ja. Ich wiederhole. Keinen Kill geholt. Scheiße. Wir brauchen einfach Geld. Jetzt haben wir Geld, oder? Jetzt haben wir Geld, ja. Ich weiß halt nicht, wie man die Smoke hier schmeißt, damit man vernünftig die Täter ausfällt. Ja, die Spots... Auf der Seite finde ich es auch schwieriger. Äh, A oder B. Lass doch echt mal A über deren Spawn zu B gehen. Okay. Okay. Ja, da ist meistens bisher leer gewesen. Ja, deswegen. Bisher. Wie laut sind wir denn? Aktuell laut. Geh mal mit P90 vor, Bram. Die Smoke nach rechts ab. Das ist P90. Besser. Ja und? Das ist doch kein Argument. Doch. Geiler im Nahkampf. Du brauchst nur einen Schuss, wenn du triffst. Ja, ich treffe aber nicht. Er wusste Bescheid. Ja, die wissen jetzt Bescheid, offensichtlich. Oh shit, direkt einer hier beim Mittelgang, ist raus, ist in der Halle drin. Oben eine Fire. Blende oben unter dir, Sepp? Ja. Und die Feuer war meins. Ach, die Feuer war deins, sehr gut. Ich guck oben lang. Ramm, ich würde nicht auf Entfernung gucken mit der P90. Einer im Mittelgang. Wie viel hast du dem gemacht, Jay? 27. Nicht genug. Ramm macht das. Er ist auch im Gang, in der Halle drin. Zwischen in den Zügen irgendwo. Oder nicht, also. Es gibt da nicht mehr scharf. Die Schüsse von Bram, er ist dritter Stock. Herren Unterwäsche ging und dann zog ein Schuss. Und der drückt ihm direkt den Header. Die neuen Zieser wird zugute. Manchmal reicht das. Und dann doch. Oh, Bram, geiles Ding. Das ist nice. Okay. Ranaten. Die Taktik hat doch wenigstens einfach richtig gut gemacht. Von... Durchziehen musste. Okay. Ab B? Jetzt weiß ich auch nicht mehr. Jetzt guck mal B. Einen ist einer lang vorgekommen und hat sich danach zurückgezogen. Guck lang. Und ein Feuer. Oh, da ist... steht eine Orb. Lang. Das war jetzt super eigentlich. Auch nicht so geil. Nope. Kann man denn... Kann man nicht hier irgendwie da durchgucken da oben? Die Orb da hinten ist nicht geil. Peter, wo steht die? Peter, wo steht die? Die steht halt da, wo man sich da so hinstellt, ne? Auf diesem... runden Ding. Dass du nur das Köpfchen siehst. Aber lang. Also quasi B hinten durch lang. Ja. Als ob! Mitte steht einer im Mittelfig. Äh... Warum hast du die denn nicht geworfen und checkt? Weil ich mich selbst da rausflaschen konnte. Ach komm! Ach, ich lauf genau in seinen Schuss rein. Oh! Ich kann nicht mehr schießen, ey. Das ist doch behindert. Oh! Das war voll die Falle. Wir hatten rüberschieben. Bis zu A. Echo? Echo. Gefresh? Ey, unfresh. Richtig vergammelt dran. Echo vergammelt? Echo vergammelt. Jetzt geht dran am Start. Und kann das aber bei A hinten lang gehen über B? Ja. Über B? Ja, einfach... Ja. Hinten lang über Spawn zu B. Ah, okay. Das was bisher einmal geklappt hat. Ja, die... Da steht die AWP bei euch. Komm mal durch. Ich mach den... Jetzt, 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 jetzt! Mach die AWP! Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Niemals! Das kann nicht sein! Ja, sicher! Die AWP ist viel wert! Ey, was soll denn du sonst nicht auf mich ziehen, du Spacko? Ich glaube, wer guckt sich dein Arschloch an? Der kann fliegen! Ich glaube nicht, dass die rennen werden, wa? Also die können auch schleichen! Ja, die können... Die werden euch beide eh gleich wegmachen! Ich glaube auch, dass die euch machen! Während ihr euch beide irgendwie anguckt und Jay erschießt... Jay wird sich gleich verraten, weil der aus dem Zoom rausgeht! Und dann vermische ich... Ich geh nicht aus dem Zoom raus! Ich werd nix mehr machen, Jay! Guck du links, ich guck rechts! Ja, ja! Danke! Dann zoome ich gleich auch einfach zur Strafe! Ja! Ja, ist Peters Strafe, wenn du die AWP verlierst! Ich will die nicht spielen! Ich glaube, ich hab einen Step gehört irgendwo! Oh Gott! Nein! Peter, jetzt bindest du dir ein! Das ist aber Worth, wa? Oh, da war mal Flash! Die Sekunden müsst ihr noch durchhalten! Wieso drehen die einfach einmal so auf? Abgesaved, Junge! Jawohl! Weg mit der Scheiße! Ich hab Echo! Nix Echo! Ich hab Echo! Ich kann dir MP legen! Hier, guck mal! Bumm! Hier! Zack! Okay, wir kaufen einfach, was wir kaufen können! Ram, du kannst doch kaufen! Du hast 5000! Ich hab aber nicht gesagt, dass ich was brauche! Okay, dann leg die weiter! Ich hab die schon gar nicht mehr! Okay! Okay! Doch, hab ich immer noch! Ich hab die schon gar nicht! Geil! Mal gucken, ob ich hier... Wo stellt man sich denn mit einer AWP so hin? Keine Ahnung! Oh fuck! Okay, er hat sie verloren! Peter, hast jetzt gerade echt die AWP verloren! Die werden so schwer! Ja, aber jemand anders hat die sich geholt! Der kriegt Felix was hin! Wir sind so tot! Genau! Wir deffen einfach die AWP! Was anderes machen wir hier nicht! Ich guck, ich guck Treppe! Ist ja, guckt lang! Da steht Leiter! Ne, dann macht Bram leider! Dann mach ich hinten! Ja, du wolltest auch Treppe gucken! War das denn jetzt Treppe und war das Leiter? Ne, alles gut! Leiter ist die Leiter! Und Treppe ist hoffentlich die Treppe! Kurz ist auch einer! Schon durch! Also... Alter 92, ey! Bram unten, Bram unten, Bram unten! Und Bram unten! Du hast die gerade doch gesehen! Ja, aber mach doch nichts! Soll doch da unten rumstehen! Oh da... Der Bram, ey! Oh Leute, der kommt vor! Warte denn! Zurückschmeißen! Alter! Was ist los? Ich hab einen gemacht, Peter! Was willst du jetzt von mir? Alles gut, Bram! Du machst das! Wo ist noch einen? Da unten ist noch einer! Wo seid ihr gerade? Ich steck deinen Rücken! Ich glaub hier im Rauch steht einer! 29 Sekunden noch! Ja, wir müssen mal vor! Ja komm, ich geh vor! Me schabte Bombe! Ja, was willst du machen? Ja, Bram hat nur elf! Also... Guckst du hinten! Okay, guckst du hinten! Achso! Ich guck CT! Ich guck CT! Ich guck CT! Bei uns hinten! Ja, da wo wir her kamen, genau! Da war ne Orb! Der so gut aimen kann! In den Hinterkopf! Das war gemein, da waren Orbs auf allen Seiten! Wir haben alle ne Orb! Okay, was macht man, wenn die Gegner alle Orbs haben? Irgendwo Nahkampf rushen! Äh, Rauchgranaten und Blendgranaten nehmen! Genau! In den Nachkampf gehen, ja! In den Nachkampf gehen, ja! Da habt ihr alle so viel Geld eigentlich! Lass doch! Ich geh da, ihr habt 3000! Keine Ahnung, überall A lang laufen und drauf rushen auf A? Das haben wir noch gar nicht gemacht, oder? Ja! Okay! Und direkt planten in der Smoke! Ja genau! Und Christian geht dann kurz, wenn er... Oder zwei gehen am besten kurz! Damit wir dann verzögert werden! Ja, da steht im Connector, steht ne AWP! Okay, wieder durch rushen! Kein Problem! Da steht noch ne AWP bei lang wieder! Rechts! Da stehen zwei AWPs bei lang! Ihr müsst da nicht stehen bleiben! Ihr müsst die rushen, Junge! Das sind zwei! Nice! Da ist noch ne AWP! Da ist noch ne AWP! Ja! Und einer hinten Treppe! Leiter! 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 Da irgendwo in der Ecke war einer! Kein Name, wo der hingegangen ist! Vielleicht ist er auch CT gegangen! Bei Jason Steps! Vielleicht zählt der auch! Habt ihr oben drin eingemacht? Unter dir, Jay! Der hat gerade geklickt! Unter dir ist jetzt auch Krabben! Ja! Ja! Ich bin echt nicht gerechtet! Wenn meine AWP mit! Wenn meine AWP mit! Die Kalle ist vor! Oh Gott! Hö, hö, hö! Ich war zu langsam! Hat Jay seine Waschlein geworfen? Ja! Ich dachte mir jetzt nur, dass wir halt ganz viele MPs haben! Oh Gott! Wir haben drei AWPs kaputt gemacht und wir nehmen keine mit! Ja! Hier! Ich hab meine Wengel, ich werd die auch immer haben! Ich hab alles gegeben! Oh Gott! Was, was ne Runde hier einfach! Können sie wahrscheinlich irgendeine Runde kaufen! Ja, doch gut geklappt! Na wirklich gut geklappt! Ja, man hat echt nicht gerechtet! Er hat nicht wirklich feuerlaufen! Ne, deswegen! Kacke jetzt! Kacke jetzt! Ok, ich werf da erstmal ne HE rein! Ok? Ja! Ich werf ne Flash! Flash raus! Rein! Ok, ich bin geflasht! Weißt du? Nice, Chris! Ich guck links! Da sind noch mehr! Da ist das Grimashi hinter dem! Das ist genau da hinten! Da ist ge- Was? Wie kacke war das denn?! Ja, der war doch easy! Oh shit! Ohhhh! Scheiße! Wusste nur einer? Überall! Ja, ich wusste, das hat ein bisschen gedauert! Das waren drei Leute da! Ja, das war aber jemand anders, der dich gekillt hat! Ohhhh! Das war richtig kacke von uns! Das war richtig kacke! Äh, Jack kann legen! Jack kann ne MP legen, ja! Ja, aber drei Leute haben so Echo, oder? Ja, richtig! Ich kann auch MP! Ok, nachdem Chris gesagt hat, Jack kann legen, hab ich gekauft! Ja, ist ja schön! Ja, okay! Dann kauf MP7! Dann gehen wir mal wieder auf Leutejagd! Haben wir denn Flasher oder Smoke? Nö! Da ist schon einer! Link! Alter, die Flash hat mich! Pfff! Okay, einen hab ich! Ganz links hindurch! Ja, wir haben immer geplantet! Nice! Einer ist ja noch über den Zügen! Da ist noch einer bei den Zügen bei der Rauchgranate! Über uns! Machen wir sofort! Dann bannern wir einfach drauf! Okay, Leiterraum! Dann kommt Titter und so! Ne, Leiterraum kann ich! Aber der hat mich von hinten erschossen! Tor 1! Oben drin! Oben drin! Und unten bitte! Ne! Okay, wieso ist keiner mehr bei der Bombe? Oh, what? Wir haben echtes Problem! Wenn wir die Bombe legen, rennen wir alle weg! Habt ihr da ein Ei gelegt? Nein, wir haben da einen... Über uns war einer! Genau! Wir haben da einen bekämpft und dann... ...wann alle tot! Aber tatsächlich durch die Mitte rushen! Hast du das gesehen? Der eine ist ja sogar noch zu seinem Spot gelaufen und wir waren schon drauf! Der hat es gar nicht mitbekommen! Der hat ja noch eine Ego! Warum ist denn jetzt einfach... Komm mit dir... Dreifachschuss Glock! Oh shit! Ja, warum rennt mir einer vor die Flinte? Ich hatte eh nix! Ich hab einfach... Einer ist noch lang? Schade! Wo hast du dich denn erschossen? Wie gewonnen, so zerronnen! Wo? Wo hat er dich erschossen? Weiß ich nicht! Achso! Ich glaub Gang 2! Er sagt das doch! Wieso sein könnte, dass der oben drin ist? Oh, zwei wenigstens noch! Oh! Die machen da immer dieselben Positionen! Wieso schaffen wir das denn nicht? Ich verstehe das auch! Wir waren so gut auf der Hinrunde! Mann! Kann jetzt wieder kaufen! Kann jetzt wieder kaufen! Ja! Peter, du machst das! AK! Rauch! Blend! Wir brauchen Rauchgranaten! Alles absmoken! Jetzt machen wir nochmal einen sinnvollen Run über hinten und dann zum B! Was halten wir davon? Ja! Vorsichtig! Eins nach dem anderen! Jetzt werden die damit rechnen hier, Jay! Okay! Okay! Da hat Christian den einen nämlich schon weggemacht, was richtig gut ist! Dann hast du da einfach durch! Dann ist hier noch... Ja, Moment! Da waren aber immer zwei, die da geguckt haben! Hammer! Mitte! Mitte! Raubombe! Wir sind aus der Mitte rausgekommen! Guck Leiterraum! Lass doch ablenden! Genau! Hm! Die Mitte gesmoked! Okay! Das! Uh! Gang zwei! Hinten durch! Geh doch nicht hin! Geh doch nicht hin! Warte doch! Aua! Schmerz! Mittel-Collector! Ich camp die Bombe jetzt so hart! Ist der da noch drin? Ne, der ist ausgelaufen als Connector! Nice! Endlich mal wieder ne Runde! Wir müssten jetzt mal langsam... Warte mal, wie sieht das Runden technisch aus? Wir müssen einfach wieder gewinnen! Die haben Geld, Christian! Ja, wir müssen jetzt halt gucken! Also nicht nur wegen der 15 Runde, sondern weil wir jetzt halt auch wieder ne Runde gewonnen haben, müssen wir natürlich wieder... weniger Geld, wenn wir verlieren! Wir müssen auch wieder picken! Wir haben das Gefühl, dass wir hier noch keine valide Taktik haben, so richtig! Ja, ich auch nicht! Das sieht man immer schon daran, dass man am Anfang nicht weiß, wo man hinrennen soll! Ja! So wie jetzt! Das wir machen genau das gleiche wie gerade einfach! Lass kurz warten! Okay! Vielleicht kommt dir jetzt gleich einer! Vielleicht wird dir aber nervös, weißt du? Ja! So wenn nicht! Guck einfach, wo du mal hängst! Ist das so verrückt! Ist das close einer? Ja, die haben Echo! Okay, ich komm zu dir, Christian! Oh, Leiter! Leiter! Ja, Leiter! What? Wir wurden von der Seite beide einfach weggerummst! Leiter ist keiner! Schön! Wir haben die Arbe gemacht! Haha! Ok, wir sitzen durch, ist da einer! Oh geil! Peter, wenn du brauchst mein AWP, müsst du da an dem Zug liegen! Und meine AK liegt da auch! Und da kommt einer! Entweder oben oder rechts! Ja! Oben! Ne, rechts! Rechts unten! Komm Peter, wir gehen zu B und damit mach ich A lang. Komm A hinten durch. Das hören die aber, ne? Das haben die andere Sachen. Ja, ich weiß. Aber dann sind wir zumindest näher dran, wenn die mit einer A da irgendwo stehen. Lass mal Peter vorgehen, der hat mehr Leben. 25 Sekunden. Wir gehen jetzt hier rüber zu A. 20. Links, Bram. Ja, die müssen doch noch planten. Links, Bram. Der auch. Und im Mittelgang. Alles drin, außer Wind würde ich sagen. Ich bepräte einfach mal den Victor, ne? Melden. Von denen ist eigentlich... Ach, das sind wir. Letzte Runde mit 2,6, Alter. Richtig nice. Ich hab keine Money. Wir müssen nur noch kaufen, wa? Wir müssen aber kaufen, David. Gibt keinen Do-What-You-Want-You-Have-To-Buy. Ich hab keine Money. Ich bin auf 0 runtergekauft und hab ne MP7. Kommen wir gegen B. B-Rush, Junge. Ich geh A. Ja, B-Rush wirklich durch. Klar, voll drauf. Wer schmeißt oben die Flash? Was heißt oben die Flash? Okay, ich schmeiß oben die Flash. Ich hab keine Money. Ich hab keine Money. Ich hab keine Money. Flash fliegt. Jetzt. Einer ist schon da. Alter, ich wurde voll geflasht. Einer ist oben drin. Die sind zu drinnen. Oben hab ich weg. Einer ist hinten. What? Schön gleich, schön. Einer? Okay. Noch einer! Da ist noch einer. Hab ich. Nice. Okay. Einer lebt noch? Zwei leben noch. Wegeplante hinterm Zug unten. Wer ist einer? Einer ist hinten in der Ecke. Nachgeladen. Ach komm, ich war einfach zu kacke. Beide in der Mitte. Also zwei sind in der Mitte. Die sind beide rechts hinter dir. Scheiße. Oh! Nein! Aber das schafft er nicht mehr. Das schafft er nicht mehr. Das war gut. Nein! Das ist ja richtig gut gemacht, Alter! Das überlebte das! Das war ein Asi-Spiel, Alter! Uuuuh! Letzte Runde jetzt. Definitiv. Okay, kaufen. Ah! Nee! Ja, ich bin noch durch die Smoke durch. Ah, zack! Erster weg. Unten zwischen den Waggons ist noch einer. Einer ist unten drin. Victor ist unten drin. Haben wir. Nice! Das war gut. Einer ist ganz hinten. Kann ich. Habe ich. Habe ich. Ach, ganz. Im Connector. Im Connector. Connector noch einer. Warte, wo war der denn? Connector habe ich. Der war irgendwo einer an der Ecke. Das ist der letzte, der war Richtung Dernsporn. Links durch. Jaaa! Nice! Nice! Richtig nice, Junge! Richtig nice, Junge! Richtig noch, Junge! Ja, aber krass, Junge. Oh, stark, ey. Was in der Grund war das denn, bitte? Alter, der Victor, der hat dreimal so viele Punkte wie ich. Deswegen ist der auch reported worden. 100 Punkte hat er. Vielleicht nicht erst mal ne Waffenkiste vorher. Deswegen ist er reported worden. Alter, vater, ey. Als ob der mit Goldnova 2 so gut wäre. Wäre Sepp ja auch so gut. Das ist ja... Aber das war geil. Das war geil. Das hat Spaß gemacht. Das war eine spannende Runde. Dass ihr das Wissen denn jetzt auch spannend fandet. Und bis zum nächsten Mal bei Carlos Zweig. Ciao! Ciao!